Hätt hier aber auch klappen können, ne? Guck mal, der Scout ist aber auch geil, die ich willkommen hab. Guck mal hier. Also die Perks sind jetzt nicht toll, aber hier von der Feuerrate, das ist echt krass, das Ding, ey. Ähm, oh. Ja, du musst gucken, was sie halt nicht so, ne? Es gibt nur einen Pfad zum Sieghütter. Nehmt die Zonen ein und zerstört eure Feinde. Hm. Zone C ist sicher. Der Feind hat Zone A erobert. Zwei für den Preis von einem. In Führung. Ihr habt Zone B eingenommen. Ach, ey, scheiße. Okay, außen sind auf jeden Fall welche. Ibo, aber schlafen war schon mal gut, ne? Ich sag, schlaf mal gut auf jeden Fall und dann zocken werden bis später. Bis morgen, ne? Tschüss, tschüss. Ciao, ciao, tschüss. Ciao, ciao, tschüss. Er ist aber auch korrekt, ey, ne? Finde ich so, von der A zu Übung auf dem V auch korrekt dazu, ey. Okay, ach ihr kennt euch auch persönlich, ja. Ah, okay. Ja, cool. Ach, Ärmel. Hunder. Oh, bei C sind sie. Okay, was muss man auf? Das haben wir gleich. Zone C verloren. Zone A neutralisiert. Fighter hat Zone C eingenommen. Zone A ist sicher. Alter Pfeil. Da zieht er in die Köche, ey. Da zieht er in die Köche, ey. Wie, Alter. Wie eklig ist er denn? Aaaaahhhhhh. Wir müssen aufpassen. B wollen die holen. Schön. Ah, schön. Es wär'n, ey. Schön. Es wär'n, ey. Alter, Schlägerei. Ach, hinter mir. Pass auf, vor uns. Äh, ja, ich weiß gar nicht. Egal. Ich weiß da einfach. So. Wollen wir jetzt mal direkt hinfallen. Zone C neutralisiert. Der Feind hat Zone A erobert. Ja, aber noch da oben ist das Schwein. Ach, das Messer. Schwere Munition kommt. Schön, Alter. Der Super. Das war richtig stark. Schnell, die Zähne nicht haben. Schwere Munition verfügbar. Schön, Alter. Rattert sie weg, Alter. Schnell, die Zähne nicht haben. Schnell, die Zähne nicht haben. Schwere Munition verfügbar. Willkommen. Ja, ne, oder? Weißt du das? Okay. Oh! 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 erobert. Ach ey, scheiße. Sind auch mit zwei da. Hölle. Okay, Golden Gun, pass mal auf jetzt. Das ist mal Rasur. Nein. Nur noch fünf Minuten. Ihr habt Zone B neutralisiert. Wir haben Zone B eingenommen. Oh man. Hier rechts nah am Tor, glaub ich. Alter, hier sind wir am Messer, Alter. Oh. Na, aber sollten wir es schaffen, die Runde. Alter, was fällt denn aus hier? Zone unter Kontrolle. Ziele eliminiert. Guter Arbeit. Na schön, wie so. Eigentlich jetzt auch noch in der Rauch und dann hau ich mir auch gleich hin. Oh, morgen noch mal Kieler Woche da ein bisschen feiern. Ja, auf jeden Fall Fede. Ich geh schon mal raus, ey. Ich geh schon mal raus, ey. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich geh schon mal runter.